Oh, komm mal. Keine Ahnung. Noch mehr Waste-Opening, ja. AHHHHH! 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 Was für ein Eif? Was für ein Eif? Was für ein Eif? AHHHHH! Was?! Nee! Ich fahre nach Hause jetzt wieder! Du kannst mich mal! Du kannst mich mal! Erwähne! Oh mein Gott! Was? Welches denn? Cameron wird Doppler! Ja, und auch noch! Das ist einfach komplett rot! Weißt du, wie viel Wert das ist? Dann ist Trick 2 in your honor! Weißt du, wie viel das ist? Oh mein Gott! Weißt du, was die Pattern von diesem scheiß Dopplerwertes, das du gezogen hast, das ist nämlich komplett rot! Weißt du gar nicht? Das weißt du gar nicht! Das weißt du gar nicht! Das weißt du halt überhaupt nicht, wie viel das Wert ist, das weißt du nicht! Achso! 356! Ne, das ist noch viel mehr! Das ist viel mehr! Das ist 800 mehr! Rechne mal! Das doppelte! Ne, sogar noch! Äh, Cases! Waste opening, Kasteran, ne? In dem Moment noch mehr Waste opening! Ich lese den Chat, mach den Case auf! Bitte chill! Darf ich das jetzt umdrehen mit dem Hupen-Zorn? Guck mal! Das ist doch richtig, richtig, richtig selten! Ne! Ne! Ne, gar nicht so! Zieht man jeden zweiten Tag! Also... Zara fährt jetzt nach Hause, hat's denn gesagt! Als ich gesehen hab, dass du überhaupt ein Messer ziehst, darf ich schon in Ruhe und so und... Ja! Ich hab auch schon... Ich bin ja schon im Dreieck gesprungen, weil ich wusste, dann bleibt auf jeden Fall bei dem Messer stehen! Und... Oh mein Gott! Ja! Ich schwitze ein bisschen! Aber... Aber ich mach jetzt auch einfach mal weiter! Sagerkampfen will für mich! Dick aus dem Game raus wegen zu... Ja, dass ich noch eine AWP geworden bin! Aber das geht ja noch! Aber das geht ja noch!